Der Bomber hat das Ziel erfasst. Und der Harmson auch. Hallo zusammen zu einer neuen Runde. Star Wars Battlefront. Ah ja auch. Genau. Harmson ist auch dabei. Maggi ist auch dabei, wenn er schon drin ist. Ich bin drin. Ja. Was ist das? Die Mothos kann mich gleich in so eine Ecke. Ich gehe mal entgegen. Wo ist denn hier? Oh, da kann ich so ein bisschen knapp werden. Jetzt zurückkommen. Aber klappt, oder? Ja, sauber. Oh, da bin ich ja in den Rücken geschossen. Boah, voll erschreckt. Ich bin in meinem Jetpack hingejumpt und habe einen einfach über den Haufen geschossen. Ja, das versuche ich auch immer. Da klappt nie. Da werde ich immer über den Haufen geschossen. So, wo bei mir ist auch so ein ATS-Tier. Hier auf der anderen Seite ist eigentlich viel wichtiger, dass wir da mit mir. Alter, er ist nämlich kacke Arsch. Oh nein, 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 nein. So scheiß automatisch geschützt. Kann er nicht. Doppelkill. Ich habe hier eine Wunderung gekriegt. Yes. So ein Ranz. Also, wenn ich kann, gehe ich in die scheiß Höhlen. Karreng. Was? Ich habe mich jetzt selber in die scheiß Luft gesprengt. Oh, ich habe einfach drei gedrückt. Wo ist denn mein Jetpack? Ich habe doch ein Jetpack genommen. Ach, komm. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Kampfläufer von unserem Bomber anvisiert. Odor. Was? Nichts spoilern, Alter. Nein, mache ich auch nicht. Hat der gesagt. Bomber gestartet und auf Angriff kommt. Hier, wir müssen auf der rechten Seite mal ein bisschen mehr Druck machen. Ich bin hier berührt. Wann, ne, ihr riech. Ihr netten Leute. Macht denn alle. Zwei Leben. Ist down, oder? So, jetzt, jetzt, geht drauf. Was? Oh, oh. Oh, oh. Wir haben ja noch im Geschütz stehen. Mach den. Ballert auf den AT-Scheiß-T da. Ja, ich habe nicht so geil was zum Ballern. Ich kann also mal so raus schießen. Ja, ist egal. Du kannst ihn auch so beschädigen. Wow! Wir haben aber noch nicht verstanden, wie das hier kann automatisch stehen. Er hat ein Schild. Oh Mann. Ey, cool. Funktioniert. Ey, die Leer, ne? Wenn die beiden Punkte sind, musst du eher drücken. What? Und die AT-ATs sind von unten für Rundfahrer. Achso, okay. Oh, nein. Jetzt habe ich voll einfach geschossen. Ich schnapp mir den AT-AT von hinten. Also, ich werde hinter dem herlaufen einfach. Ich hoffe, man hört es nicht. Geil, wir haben schon einen kaputt. Mir auch. Das werden wir auch erlösen müssen. Beide mal, soll ich mal Fenster zu machen? Wer ist das denn? Maggi, ich bin hinter dir. All's easy. All's easy, du bist sicher. Erledigen mal, dass ich verpflichtet habe. Oh, oh, oh. Da ist ein Walker. ETS hier. Nicht mehr. Schwischen. Hinter mir, immer, immer hinter mir. Boah, ich bin 1-4. Das ist so schlecht. Der Ablink muss unversiert bleiben, damit unsere Y-Wing-Bomber Luftunterstützung leistet. So, ich gehe auch in die Höhle. Das ist irgendwie so mehr mein Terrain. Ablinkstation ist online. LOL. So ein Hundesohn, Alter. Er hat mich jemals vom weiten Berg, weit weg von so einem Berg einfach umgeschneibt. So, was ist hier los? Ich möchte mal so einen Power-Up haben. Ich habe hier keine Power-Ups abgelehnt. Warum nicht? Ich habe so ein scheiß Schild. Was? Das war da. Nein! Warum? Das war da. Was er hat, ist gut. Oder? Ich bin schlecht. Ja, wahrscheinlich beides. Vader ist unten in den Höhen. Ey, ich will endlich wissen, wie das in so eine kacke Rolle geht. Ja, ich auch. Irgendwie draußen ist mal Tosche wieder einmal. Wir müssen uns um den scheiß Vader kümmern. Oh, der ist vor mir. Und hat mich getötet. Vader ist in den Höhen. Nein. Der hat mich natürlich mit seiner Macht rangezogen. Ja, so wie ich das immer mache. Aber, ähm, ganz ehrlich, ich gehe jetzt, ich mache jetzt was anderes. Weil wenn du nicht durch Kills, durch Kills punkten kannst, mache ich jetzt Objectives. Also, Vorsicht! Ha! Nee, jetzt hast du mir den weggeklaut. Na klar. Da ist noch einen. So, ja, den habe ich. Danke. Danke, dass du den mir übrig gelassen hast. Kein Problem. Immer gerne. Okay, wir müssen den Kampfleiter mal umgehen und dann... Ah, 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 ah. Oh, ja. Der in der einen Ecke ist auch noch eine. Hm, das war klar. Nice. Nein, von hinten. Ja, das war voll jub. Ach Gott. Ach, komm. Genau. Also, es geht nicht nur mir so, Leute. Oh. Oh, solche Arschkramen. Ey, da ist, da haut die in der Kiste mit so'n Faschiff und dem Weitband-Siecht-Rogen-Misting-Kneiden-Kneiden-Haufen. Ah, die ist doch schon hier alles so gut hier, ey. Und hier, hier, wohin der Typ hier rum? Hier oben irgendwo, oder was? Da hinten los kannst du nicht links, äh, wie, ne? Der, äh, ich kann den nicht mal sehen, der guckt durch den Stein. What? Er schießt mich nicht. Ah, Vorsicht, von links haben sie ihn. Oder bist du schon tot? Nee, noch lebe ich wieder gerade aktuell. Also, so, ich gehe jetzt auf den AT-AT, weil das ist mir... Ja, aber der ist noch nicht verwundbar. Doch, der ist verwundbar. Ey, Mann, wir sind hier im Kreuzfeuer hier unten. Ja, aber dann raus, weil jetzt ist er gerade verwundbar. Ja, aber jetzt kannst du auf den AT-AT schießen. Und jetzt nicht mehr. Nein, sag ich nicht. Na, ist so schnell schon nicht? Na, die Abblinks gehen wieder hoch. Da ist ein Arsch. Ey, mal ganz ehrlich. Ich reg' mich hier nur auf. Weil das ist nicht gut für mein Herz. Ich hasse diesen Modus. Toll, erfasst dich, toll. Und ich hab nur drei. Ja, Mann. Dann machen wir mal wieder das mit den kleineren. Nee, die fände ich langweilig. Ich will Wald. Ich lieb den Wald. Nee, den hasse ich. Was? Der ist total super. Ja, der ist total super. Siehst überhaupt nichts, selbst wenn du... Oh, bin ich dumm. No, super, ey. Ich muss doch mir eine andere heimkriegen. Wo? Pfaff... Es ist nicht mal ein Anzeichen dafür, dass das... Kackfeuer von oben kommt. Metallangriff wird ja angezeigt. Ich sehe überhaupt nichts. Ach du Scheiße. Jetzt ist der... Der Lappen 8080. Ich stecke im Loch fest. Ich bin nur Futter. 212. Hans, was ist los mit der Überschwemmung? Ach komm. Überschwemmung? Heißt du etwa, dass es hier ein bisschen regnet? Nein. Ganz ehrlich. Da wäre ich lieber auf Rot als bei dir. Ja. Ich finde es okay. Das ist doch nicht überhaupt nicht. In der Region sind Sturmtruppen. Was ist hier übelst, dass Jungsleiter Front ist? Ihr müsst aufpassen. Ihr müsst aufpassen. In der Region sind echt Sturmtruppen. Ja. Hab ich auch schon gehört. Ich glaube das Imperium wird sich auch irgendwann rächen. Ja, das wird zurück schlagen. Ja. Nein. Ich verstecke mich. Ich verstecke mich. Oder rumsnil. Rumsnil. Da ist Veda. Die alte Sau. Oh nein. Nein. Ich verstecke mich. Nein den kriegen wir. Ich habe ihn besiegt. Sauber. Ich bin unbesiegbar. Mann. Jetzt schnapp ich mir den AT-AT. Ich bräuchte. Eigentlich bräuchte ich. Unbesiegt. Oh Vorsicht. LTS. Die ganz hinten. Seht ihr den? Ich kann nichts gegen tun. Ich hänge auch voll die scheiße. Ich gehe immer wieder weg. Ja. Hier hinten. Da hinten. Oh nein. Hinter der Maschine hängst du echt fest. Ja. Da habe ich nicht. Nein. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich wollte das Jetpack nehmen. Es ging nicht. Ja gut. Ich bewache den. Das Teil jetzt hier mit meinem Leben. So macht mir alle. So ein Arsch. Hey Leute. Weißt du was ich spreng mich in die Luft. Und tschüss. Weg. Ja. Was sollst du machen? So. Attackiering. Kampfläufer. Alles klar. Boah. Ich raff das nicht mit dieser Handkühlung an. Verwendet mich. Ich weiß nicht wie das schon zu gehen war. Vorsicht. AT-ST. Die. Ach du Scheiße. Da ist er. Verdammt. Also ich habe. Überhaupt nichts gemacht in dieser Folge. Warum kommt denn da nichts. Ah jetzt kommt was. Nichts gemacht in dieser Folge außer Darth Vader zu töten. Nein. Möchte ich auch nicht. Tada. 3-14. 3-14. Ach ja. Und weil ich den getötet habe habe ich noch am meisten Punkte von uns. So ein Reddreck. Und so ein Scheiß Katzenbild Typ hat uns alle fertig gemacht. Ist egal. Ja. Okay. Ähm. Dann bleibt dabei. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschö. Ja. Ja. Ja.